Herzlich Willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die King-Version-Box von King Easy. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. King-Version von King Easy, das Ganze aus dem Jahr 2017. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Deutschrap. Jawohl, es ist das Debütalbum von King Easy. Wir haben hier eine weiße Box mit goldenem Schriftzug auf dem Boxdeckel. Und zwar lesen wir hier den Interpreten plus den Albumtitel. Dann haben wir hier noch so goldenen Rauch rechts und links, der hier so aufsteigt aus den beiden Ecken. Ansonsten ganz klassisch hier in weiß gehalten. Es ist so eine schlichte Kartonbox. Dann schauen wir mal hinein. Der Deckel ist abnehmbar. Von innen ebenfalls weiß. Und dann kommen wir zum Inhalt. Wir haben hier einmal ein T-Shirt mit drin. Und darunter gut gepolstert war die Bonus-IP. Okay, die Bonus-IP. Dann haben wir das Mixtape High Life. Und das Album an sich. King-Version. Und drei Sticker. Zwei, drei. Drei Sticker gibt es hier noch oben drauf. Gut. Die Box, wie wir sehen können, von innen weiß. Machen wir mal wieder zu. Und dann schauen wir uns das Ganze mal an. So, Folie gibt es hier gar keine. Also das Album kommt hier ohne irgendwelche Kunststoffe, ohne Folie. Das ist das Album. King-Version. Wir haben hier das Debüt-Album von King Easy in einem regulären Toolcase. Auf dem Cover sehen wir hier in bester Biggie-Manier mit der Krone und einer dicken Kette und am Rauchen den Interpreten. Oben rechts lesen wir wieder King Easy, King-Version und Dangerous Presents. Dann haben wir unten rechts noch das Logo von Punchline. Und unten links gibt es dann auch noch einen Verbraucher-Hinweis. King Easy, King-Version lesen wir auch hier wieder. Auf der Seite ebenso. Und auf der Rückseite haben wir die Tracklist. Wir haben hier 17 Tracks an der Zahl. Feature sind hier keine angegeben. Beteiligte und Barcode. So, dann schauen wir mal ins Innenleben. Aber als erstes geht es wie immer zum Buklet. So, ein Foto hier von King Easy mit einer zweiten Person. Ich muss ehrlich sagen, die kenne ich nicht. Eventuell ein Kollege, eventuell sein Produzent. Ra lesen wir hier. Skr, skr. Dann ein Foto in schwarz-weiß. K-M-G. Dann hier eine knapp bekleidete Frau, die hier scheinbar gerade Weed auf dem Tablett hier servieren möchte. Eine Danksagung, sowie die Credits. Ja, also ein ganz klassisches Booklet hier mit ein paar Fotos und eben den Credits drin. Dann kommen wir zur CD. Die sieht so aus. Hier gibt es wieder Rauch und die Schriftzüge. Und jede Menge im Hintergrund. Also Texte hier so gekritzelt. Dann nochmals ein Foto mit Krone und am Rauchen. Der gute Mann. Aber damit nicht genug. Wir haben noch weitere Musik. Denn zusätzlich zum Album haben wir einerseits High Life, das Mixtape. Das Mixtape erschien ein Jahr vor dem Album. Und zwar 2016. High Life Mixtape King Easy. Auch hier wieder dieser Affenkopf, das Verbraucherhinweis, Logo und Punchline. Auf der Rückseite hier die Tracklist. Wir haben hier 16 Tracks mit drauf. Und so sieht die CD aus. Also auch hier wieder Rauch und dann in grün die Schriftzüge. Wie gesagt, in der Papphülle. Und eine weitere Papphülle haben wir auch noch. Und zwar beinhaltet die die King-Version Bonus-IP. Hier wieder der gute Mann mit zwei AK-47. Und auf der Rückseite die Tracklist. Hier haben wir dann nochmals 6 Tracks. Die kommen auch wieder in einer Papphülle. So sieht das aus. Also wenn ich jetzt richtig gezählt habe, dann haben wir 17 Tracks auf dem Album, 16 Tracks auf dem Mixtape High Life. Und 6 auf der Bonus-IP bedeutet 17 und 16, 6, 39 Tracks. Das ist eine Menge. Drei Sticker oben drauf. Einmal dieser hier, der Affenschädel. Dann haben wir hier den Interpreten in Kleidung von Dangerous. Oben gibt es die Dangerous-Seite und unten King Easy. Und dann haben wir hier noch das High Life Logo, beziehungsweise das Cover und auch hier wieder die Internetadresse von King Easy. Also alle drei Sticker hier kreisförmig. Und als letzten Boxinhalt haben wir hier ein Shirt. Das schauen wir uns mal an. So. Ein schwarzes Shirt. Hier gibt es dann wieder riesengroß den Affen drauf. In weiß mit roten Augen. Und darunter lesen wir dann KMG. Auf der Rückseite haben wir hier nichts weiter. Das Shirt auf der Rückseite komplett in schwarz gehalten. Und es handelt sich hierbei um ein B&C. Exakt 190 in der Größe L. Und wir haben hier 100% Baumwolle. Und das Ganze ist made in Bangladesch. Grüße gehen raus. Wir packen das Shirt wieder zusammen. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte Shirt in der Größe L. Dann haben wir die Bonus-EP. Die King-Version Bonus-EP mit sechs Tracks. Das Mixtape Highlife aus dem Jahr 2016 mit 16 Tracks. Und natürlich das Album King-Version mit 17 Tracks. Wie gesagt, insgesamt 39 Tracks gesamt auf diesen drei CDs verteilt. Und dann haben wir hier noch die drei Sticker. Allesamt kreisförmig. Jawohl. Das alles in dieser wunderbaren Box. King-Version von King Easy. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr King Easy unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt aber euch auf. Ciao.